Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht mich hier in meiner Brikettspressenstation und eine Sache stört mich hier schon relativ lange. Und zwar ist das da unten der Auslass. Der ist nicht sonderlich praktisch, wenn man die Briketts in Big Packs füllt. Da muss man nämlich irgendwie immer ein kleineres Gefäß drunter stellen, wo die Briketts reinfallen, die regelmäßig ausleeren. Und das braucht einfach zu viel Handarbeit, damit sowas hier gut performt. Das bedeutet im Idealfall kann man den Trichter richtig voll machen und direkt alles in den Big Pack füllen, damit dann halt eben alles direkt entsprechend verfüllt ist und man das nicht zu oft in die Hände nimmt. Deswegen will ich hier unten diesen Auslass einmal anpassen. Darum geht es in dem heutigen Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes müssen wir hier die ganzen Briketts raus, weil wir logischerweise diesen Abfülltrichter demontieren werden. Es gibt hierfür solche Karusselle. Dann dreht sich das Karussell immer bei jedem Brikettspressenhub oder bei jedem Maschinenhub. Und das ist schon eine feine Sache, aber ich finde diese kleinen Tüten, die muss man immer noch in die Hand nehmen. Und das finde ich immer noch ein bisschen blöd. Also lieber direkt in Big Packs füllen. So. Ach, drei Schrauben, da war ja was. Der Plan ist, dass ich hier solche HT-Rohren nehme. Ich habe extra 330 Grad Abstufungen genommen, damit die Briketts leichter nach oben in einer leichteren Kurve geführt werden und sich so hoffentlich nicht in dem Auslasser stopft. Probieren wir jetzt erst mal freie Hand aus, würde ich sagen. Ja, es klemmt schon. Nein. Das funktioniert so gar nicht. Scheiße. Ich habe jetzt noch mal neue Rohre gekauft. Mit denen funktioniert es jetzt schon mal besser. Ich habe auch schon ein paar Dinge ausprobiert. Und zwar habe ich mal ausprobiert, wie gut es wirklich funktioniert, wenn ich hier einen 90 Grad Bogen gestalte. Müssen wir noch ein bisschen ausprobieren, weil wenn wir oben dann nochmal mit 90 Grad rüber gehen, mit 330 Grad Bögen, dann funktioniert es nicht zuverlässig. Dann klemmt er hier unten irgendwann. Deswegen werden wir uns jetzt erst mal ein Rohr herstellen, was wir hier unten festschrauben können. Und dann müssen wir mal gucken. Probieren wir uns erst mal mit einer Schraube. Und dann machen wir noch eine Schraube rein. Und wenn das nicht geht, dann machen wir noch eine Schraube rein. Und wenn das nicht geht, dann machen wir noch eine Schraube rein. Oftmals sind so die kleinen Dinge im Leben, die es dann wirklich schön machen. So ist es wohl dann auch wahrscheinlich wieder hier. Das machen wir unten mal noch einen ran. Ich könnte das auch schon... Ja, das wäre doch schon geil, wenn das dort schon gehen würde. Ich will aber jetzt auch keine andere Schraube holen. Die dort sind so schön. Ich will diese verwichste Schraube hier drin sehen. Dass sie doch wirklich dann kommen. Oh, ist das ein Wichs, Mann, Alter. Kann es nicht nur einfach gehen. Das funktioniert doch eh wieder alles nicht. Das ist doch Dreck da. Hier, längere Schraube. Hier sind sie 10 cm neben mir. Die sind bestimmt zu lang, die Schraube da. Ich glaube, das ist ganz geil eigentlich. So, passen wir auf. Das dort funktioniert. Zack. Mein Gedanke war jetzt eben einfach, dass ich hier so ein Big Pack nehme. Und kann den immer hier direkt daneben stellen. Und dann fällt diese ganze Menge direkt in so einen normalen Big Pack rein. Ich habe ausersehen die falschen bestellt. Aber das ist eigentlich gut, weil die hier kann man oben noch zu machen. Das ist nicht verkehrt. Oh, fuck. Oh, nee. Das ist eine 1,20 m hoch. Nachdem es einiges an Zeit vergangen ist, habe ich mir ein paar Gedanken zu diesem Projekt gemacht. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, die Briketts doch in kleineren Tüten zu sammeln, weil man sie dann halt eben so einfacher mitnehmen kann. Wie gesagt, bei mir dauert es manchmal ein bisschen länger, bis ich dann auf so den Entschluss komme, dass es dann so doch besser ist. Deswegen habe ich jetzt hier dieses Teil mal geplant und alles mal zugeschnitten. Das können wir jetzt mit Flachbübeln zusammenpacken. Denn ich denke, da ist die Funktion relativ cool. Wie das Ganze funktioniert, werdet ihr gleich sehen. Ich habe hier heute übrigens mal ein neues Plattenmaterial ausprobiert. Und zwar ist das pure Neat. Ich wollte das einfach mal bei dem kleinen Projekt ausprobieren, wie sich das verarbeiten lässt bei einem richtigen Projekt. Und bis dato kann ich sagen, dass es zwar ein bisschen mehr staubt, liegt aber auch an der fehlenden Spanhaube. Aber zuschneiden lasse ich mal richtig, richtig gut. Also würde ich mal sagen, ballern wir jetzt da die Flachbübel rein. Und dann seht ihr gleich, was ich mir so dabei gedacht habe. Denn das soll nicht nur ein einfacher Tütenhalter sein. Nein, Mann, die verfickten Dähle gehen alle kaputt. So, sieht noch komisch aus, wie alles, was ich baue. Ich werde das jetzt einmal drehen. Und dann können wir hier oben den Halter festschrauben. Der ist nämlich jetzt im Moment nur ganz unten lose. Ah, super. Sau gut. Also wenn ich jetzt Golf spielen würde, würde ich doch, glaube ich, meine, nicht Kös, sondern Golfschlägerin machen. Aber, weil ich es mit Holz mache, kommen hier Mülltüten rein. Ich gehe sie mal holen. Schätzt mal, was hier die Mülltüten kosten. Da kostet eine Mülltüte 1 Euro oder 1,50 Euro. Das ist komplett krank. Weil das sind so ultimativ stabile Tüten vom Wirt. Und die sind halt eben leider sehr, sehr teuer. Aber die funktionieren halt eben gut, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn man da Briketts rein macht und die dann auseinander fein. Das ist tatsächlich so geplant, dass die Tüte einfach hier oben reingestülpt wird und hier dann festgezwingt wird. Zum Glück habe ich noch ein paar Zwingen, die ich sowieso nicht benutze. Wir sind an der Brikettsenstation angekommen und hier sieht man gerade so ein bisschen, wie ich das im Moment mache. Ich habe hier wieder den Mülltütenständer und da fallen die Briketts halt eben rein. Das ist aber irgendwie nicht so effektiv, weil man relativ oft aufpassen muss, dass das Ding halt eben nicht überfällt. Und ein großer Nachteil ist halt eben, wenn man die Tüte rausnehmen will, kann es relativ schnell passieren, dass man halt eben die Tüte mit dem Teilgestell hier aufreißt. Vor allen Dingen hätte ich es halt eben ganz gerne, wenn man ungefähr immer so das gleiche Volumen in einem Sack drin hat, dass man immer oben das Ganze noch gut zubekommt und halt eben jeder Sack relativ ähnlich ist. Mit meiner Vorrichtung habe ich das jetzt mal so ausgependelt, dass wenn ich mit der Unterkante bündigt bin mit den Briketts, dass ich dann halt eben so ein kleines Maß habe. Das geht hier nicht so wirklich, weil der Sack sich halt eben nicht so richtig ausdehnen kann wegen dem Gestell. Ich werde jetzt mal die Vorrichtung holen und dann zeige ich es euch mal. Hier sieht man auch ganz gut, dass ich extra alles so abgemessen habe, dass die Briketts auch nicht daneben fallen, denn man unterschätzt, wie variabel hier diese Briketts sind. Beziehungsweise, wenn die über mehrere Stunden läuft, dann fallen schon so ein paar daneben, wo man sich dann immer fragt, wie sind die jetzt daneben gefallen. Liegt meistens daran, dass sie noch aneinanderhängen und dann nach unten wegkippen. Aber es ist wirklich ganz, ganz komisch, unterschätzt man, da kippen schon ein paar manchmal an der Seite vorbei. Aber so ist der Auslass so nah über der Tüte, dass die auf jeden Fall hier reinfallen werden. Die Briketts sind jetzt die ganze Zeit ein bisschen kleiner gewesen, weil sehr, sehr viele Hobelspäne dabei waren. Die sind sehr grob, also nicht so viel Volumen pro Pressung. So Leute, ich habe den Briketts mal einige Zeit laufen lassen und jetzt haben sich knapp zwei Tüten gefüllt in meiner Vorrichtung. Wir schauen rein, wie das Ganze aussieht. So, erst sieht man mal, die Tüte ist schön voll bis hier unten hin und ungefähr bis hier oben hin gefüllt. Das ist auch genauso der Füllstand, wie es die ganze Zeit haben möchte. Man kann das Ganze immer noch rollen, man muss es ja im Prinzip einfach nur einmal rausziehen und dann nochmal drehen und nach vorne schieben. Und dann kann man die nächste Tüte befüllen. Das habe ich auch gemacht und deswegen haben wir hier in der Seite auch schon ein paar Briketts drin. Ich werde jetzt die Tüte mal hier rausnehmen und dann direkt eine neue Tüte reinmachen. Die sind dabei war halt eben, dass ich immer vier Tüten befülle und dann erst die Tüten rausnehme. Und jetzt habe ich hier eine wunderbar gefüllte Tüte. Das hier sind jetzt ungefähr 40 Kilo. Ich kann sie jetzt hier oben noch gut zumachen. Und das heißt, so die Maße, die Schimmen, die ich da so genommen habe, damit ich das Ganze auch obdier mal nutzen kann. Ich werde jetzt erst die Tüten hier noch füllen. Ich habe hier nämlich so viele Späne, bevor ich da nochmal neue Tüten reinmache. Und jetzt ist das Ganze schon wieder installiert, wenn man es ganz hochtrabend ausdrücken möchte. Und die Briketts können hier reinfallen. Und die Briketts, die hier auf dem Boden liegen, ich glaube, die haben hier schon auf dem Boden gelegen. Das heißt, es funktioniert wirklich sehr, sehr einfach und das ist eine tolle Vorrichtung. Das ist meine platzsparende Lösung, um viele Briketts schnell abfüllen zu können. Wie gesagt, abgewogen müssen sie natürlich noch, aber dann kann ich immer vier Tüten komplett befüllen und kann dann eben vier Tüten hintereinander füllen. Und ich sage euch wirklich eine Sache, vier Tüten mit Briketts, das sind richtig viele Späne. Da kann die einige, einige Stunden lang pressen, bis die hier gefüllt sind. Das bedeutet, das große Problem wurde mal wieder etwas kleiner. Übrigens, diese zwei Tüten, die ihr da gesehen habt, das war tatsächlich ein kompletter Big Pack voll mit Hobelspänen. Die haben ein sehr weniges Gewicht oder ein sehr geringes Gewicht pro Kubikmeter. Das heißt, ein ganzer Big Pack wurde tatsächlich nur, wurde zu zwei Tüten mit Briketts. In diesem Sinne wünsche ich euch allen tollen Tag. Ich lasse das Setup hier jetzt mal noch einige Stunden laufen, werde dann so ein paar Langzeiterfahrungen sehen und auf Instagram werde ich da noch so ein bisschen drüber berichten. Ich wünsche euch einen tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.